Tränen bei Grill den Henssler – Emotionaler Abschied für Jurorin Mirja Bös Ein brennendes Handtuch, im Moosbett gegartes und ein emotionaler Abschied. Zum großen Staffelfinale haben TV-Koch Steffen Henssler und seine prominenten Gäste am Sonntagabend bei Grill den Henssler noch einmal alle Register gezogen. Trotz Knieverletzung kochte sich Henssler einmal mehr souverän zum Sieg, wenn auch mit nur drei Punkten Abstand. Der finale Applaus auf der Siegbühne in Magdeburg galt dennoch in erster Linie einer anderen Person, Jurorin Mirja Bös. Nach 60 Sendungen hatte die Komikerin und Restaurantbesitzerin am Sonntagabend angekündigt, dass sie aus der Grill den Henssler-Jury aussteigt. Der Grund, sie wolle mal wieder raus und sich ihrem Bühnenprogramm widmen. Oder wie Bös selbst es umschrieb, der kleine Köter muss mal wieder auf die Wiese kacken, ich bin sehr satt. Die stehende Ovation des Publikums trieben Bös dann aber doch die Tränen in die Augen. Und auch die Worte von mit Juror Rainer Kalmund rührten sie augenscheinlich, ich bin sehr stolz, dass wir hier an der Seite von Mirja in der Jury saßen, sagte Kelly. Zudem meinte er, du bist mein Leckerchen und mein Zückerchen. Meine wahre Zehn sitzt neben mir, meine Mirja. Zudem meinte er, du bist mein Zückerchen. Zudem meinte er, du bist mein Zückerchen. Vielen Dank.